Hallo und damit ein herzliches Willkommen zurück bei The Lost Guardian mit einem aufgepäppelten Trikot. Und jetzt geht die Reise natürlich wieder weiter. Ich werde jetzt mal diese Spiegel hier zerstören, damit Trikot da rankren. Damit er keine Angst vor diesen komischen Augen hat. Moment. Eins ist zerstört. Jetzt wirst du zerstört, du kleines Auge. So. Und das Auge muss auch zerstört werden. Vorsorglich. Na komm. Feuer, Trikot! Feuer! Perfekt, Trikot! Hast du super gemacht. Komm mit! Ist hier noch irgendwo ein Spiegel, den ich zerstören muss? Ne, ne? Okay. Hier ist nix, ne? Nein, hier ist nix, Trikot. Wart auf mich! Kannst du einfach ohne mich gehen? Kannst du ohne mich springen? Das ist eine kleine Schlinge. Mann. Wart auf mich, Trikot. Ich weiß, Rico, das übernehme ich, okay? So, Moment. Und... Boah, der Junge ist so mutig, ey. Alter. Und... Das ist wieder so ein komisches Auge. Ey, schon vor einer Rackwacht würde diese Abenteuer machen hier, ey. Ich helfe dir, Trico. Keine Schaube. Komm rein, Trico. So, jetzt wirst du vernichtet, du böser Spiegel. Du machst Trico-Angst. Hä? Was war das denn jetzt? Erstmal muss ich das hier zerstören. Auf geht's. Ich bin hier da. Ich bin da, Trico. Wir machen weiter. Na, komm. So. Es geht weiter, Trico. Das schaffst du, das schaffst du, das schaffst du, das schaffst du. Ich glaub ganz fest an dich. Na, komm. Boah. Boah. Boah, das hast du sehr gut gemacht, Trico. Boah. Boah. Das war sehr gut, Trico. Boah. 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 Auf geht's. Machst du sehr gut, Rico. Wir haben es fast geschafft. Wir müssen nur noch ein Stückchen gehen. Nur noch ein Stückchen. Oh, er ist so süß. Da hoch, Rico. Da hoch musst du. Ich würde so gerne wissen, wer diese ganze Kultur hier aufgebaut hat. Das möchte ich so gerne wissen. Waren das wirklich Menschen? Was zum... Er wittert irgendwas. Mann, ich kann so nicht zielen. Muss ich anders machen. Hier frage ich ein kleines Geschenk. Und für dich habe ich auch was. Uah. Uff. So. Wir müssen weiter, Rico. Wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Hier sind jetzt Geschichte. Da hoch müssen wir wahrscheinlich, oder? Das schaffst du, Borussia. Das schaffst du. Das schaffst du. Das schaffst du ganz, ganz gut. Ich bin sehr stolz auf dich. Auf geht's. Alle, hopp. Trikot. Du hast dich ein bisschen verkalkuliert, oder? Du hast dich ein bisschen verkalkuliert. Wir müssen weiter. Komm schon. Ich hab dich lieb, Rosa. Oh, er hat so schöne Augen. Wir müssen weitergehen. Wir sind nur noch. Um, wir machen dich. Wir haben dich lieb, Schrauben. Vielleicht ¿sabiert das nicht? Ich los habe mich mit ihr, Schrauben. Was ist los, Trikot? Boah, ist das hoch. Wir haben es schon ganz schön tief geschafft, ey. Äh, naja, wir haben es schon so gut wie möglich geschafft, würde ich sagen. Von eins haben wir ganz tief da unten in den Ruin und jetzt sind wir schon draußen, fast da. Tschüss. Mal, dass es wenigstens nicht funktioniert. Warum sind, ich verstehe das nicht, diese Guardians, also diese Trikots und die komischen Steinsäulen, arbeiten die zusammen, aber arbeiten gegen Trikot? Was hast du vor, Trikot? Du willst fliegen? Möchtest du fliegen, Trikot? Du kannst das bald wieder. Du hast dich so gut regeneriert. Hapsa. Mal sehen, was haben wir denn hier Schönes. Warte, ich guck mich mal, hier bist du nie um, okay? Vielleicht kann ich ja irgendwie so einen Hebel aufmachen oder so, was? Warte bitte hier. Tatsächlich, ein Hebel. Welche, welche Zivilisation hat so etwas Tolles aufgebaut? Das ist Wahnsinn. Ich bin da, Trikot. Ich weiß, vieles verstehst du nicht, aber ich verstehe es auch nicht. Da lang, Trikot. Wir müssen da lang, Trikot. Es ist stabil, Trikot. Es ist aus Metall. Ich glaube an dich, Trikot. Schaffst du. Und ich muss wieder da hoch. Und einen Hebel umlegen. Aber warum? Ein Trikot hat es ja schon drüber geschafft. Da weiß ich nicht, warum er es nochmal machen muss. Oh, wie ist alles zerstört. Ach da. Hier ist ich auch, guck, das ist so süß. Ah, er macht sogar ein Männchen. Du bist so toll, Trikot, du bist echt toll. Ich habe keinen besseren Moment, mit einem Freund, verdient wie dich. Jetzt nur, was machen wir jetzt, ich habe nämlich keine Ahnung, Trikot. Opsa. Jetzt schraube ich mal hier um. Jetzt heißt es, auf geht's. Oh. Was hat der vor? Du bist so süß von den beiden. Du musst anfangen zu fliegen lernen, Trikot. Du musst jetzt einfach anfangen zu lernen und zu fliegen, sonst kommen wir hier nie weiter, Trikot. Kannst du auch? Oder hast du solche Angst zum Fliegen? Ah, ich verstehe. Er braucht eine Startrampe. Okay. Trikot braucht eine Startrampe. Auf geht's, Trikot. Das schaffst du. So, wollen wir Ihnen zeigen, wer sich mit uns anlegt, kriegt es mit uns zu tun. Jawohl. Zeig sie ein Trikot. Zeig sie ihm. Du bist der Spass und nicht die. Na, warte. Na, komm. Trikot. Oh. Trikot. Du bist der Spass1-z. Oh. Wo kommen die ganzen Statoen wieder her? Waaaaaah Die versucht sich wieder einzumübeln, die Statue. Gut gemacht, Trikot. Wow. Warte, Trikot. Warte, Trikot. Na komm. So, sperrt außen. Ist da oben noch jemand? Tatsächlich. Dann geben wir ein paar Geschenke. Na komm. Na los. Hier für dich. Oh, ich muss Trikot jetzt mal wieder helfen. Mann. Oh, ich muss dir einfach so wehtun. Das ist eine Unverschämtheit. Die haben kein Recht dazu. Du bist tapfer, Trikot. Du armes Tier. Okay, meine Freunde. Ich würde sagen, ich beende hier die Folge. Bleibt mir gewogen. Und bis morgen. Tschau. Tschau.